Mein Name ist Jan Sander. Ich arbeite und lebe in Passau. Ich komme ursprünglich aus dem Ruhrgebiet. Und da das Tanken sowieso schon so teuer geworden ist in Deutschland, sehe ich es nicht mehr ein und repariere mein Auto selber. Und das kann ich sehr gut bei der Mietwerkstatt bei Nero in Passau, bei mir direkt ums Eck. Hier spare ich mir gute 200 bis 300 Euro. Hier finde ich alles, was ich brauche. Werkzeug, gute Stimmung und ich kann sogar mein Radio mitbringen. Kommt vorbei, wenn ihr irgendwas am Auto habt. Euch wird hier übrigens auch geholfen. Hier sind sehr viele Hobbymechaniker, aber auch Profimechaniker. Die stehen euch hier in einer Chatgruppe zur Verfügung bei WhatsApp. Die Nummer kriegt ihr über Nero, den Betreiber und Besitzer hier. Der ist übrigens auch mega. Schaut euch seine Clips an bei YouTube. Auf ganz bald, euer Jan Sander alias Miami Johnny.